So meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Bisschen geforscht und das Problem haben wohl viele. Und ja, probieren wir mal... 20 Minuten warten, ey. Aber hier steht abgeschlossene Verkäufe. Mann ey, aber das Geld ist halt nicht da. Ja, das haben auf jeden Fall viele und man... Das soll wohl funktionieren, wenn man halt nicht alle verkauft, sondern halt ein paar nur, also so drei oder so. Ja, schauen wir mal. Wir werden es ausprobieren. In 20 Minuten. Wir gehen dann so schnell immer nicht auf. Da könnten wir doch jetzt rein theoretisch schnell zu unserem Haus fahren, also zu unserem Büro. Und da uns nochmal für 3000 Helikopter holen. Ja, kann man machen. Und dann haben wir einen schon mal so im Rücken mit dem Helikopter und so. Außer das Boot kommt wieder, das ist mit Zügigkeit. Ja, dann könnten wir ja nicht nur nochmal ein paar Kisten holen. Also haben wir jetzt schon wieder eine verloren. Dann machen wir sie erstmal einfach voll. Vielleicht fixen sie es ja in der Zeit. Stimmt. Ja, das kann man natürlich machen. So lange bis mein Geld halt alle ist. So lange bis mein Geld halt alle ist. Wie viel hast du jetzt noch? 55.000. Und 7.000 Bar. Also 62. Boah, jetzt gibt's doch nicht. Guck mal, wir haben jetzt 6 Kisten, ne? 10 gehen noch rein. 8.000 kostet 2. Das wären 5. 5 mal 8. 40. Passt. Das heißt wir holen immer 2 Kisten, würd ich sagen. Okay. Dann passt das. Oh, was hier noch rum steht. Ha. Perfekt. Das Eintreten mit Organisationsmitgliedern passt aber, ne? Ja, bin dran. Okay. Ich muss mich mal angemessen als Boss-Kleiden. Warte mal dein Save auf. Ich weiß nicht, ob da jetzt mehr drin ist. Warte. So. Sehr gut. Muss ja stimmen hier. Ja stimmt, das ist ne gute Frage. Ich hab auch gedacht, dass du ja so ein richtiger Raum, weißt du, so ein Safe-Raum. Ja. Hm. Wie gesagt, Feuer ist auch drin. Ne. Nur schließen wieder. Komisch, komisch. Mysteriös. Definitiv. Na ja. Schicke Aussicht. Schicke Aussicht. So. Ja, dann holen wir doch mal ein bisschen hier ran. Hol die Edelmetalle. Die Edelmetalle. Medizinische Vorräte. Oder die. Machen wir mal wieder mit Helikopter oder machen wir mal mit Truck unten? Mit dem Truck. Ich sag mit dem Truck, oder? Ja, auf den. Das ist glaub ich besser. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen müssen. Hochfuß, ne? Auf jeden! Kopf nach unten. Okay. Auf geht's. Auf jeden. Was ist denn die Kacke? Och. Nein, da fährt ein Spieler hin. Oder was ist das da? Oder was ist das da? Ja, noch kann er das nicht sehen. Irgendwie ein Totenkopf fährt da rum. Der hat ein Kopfgeld auf sich. Ach so. Wenn man den umbringt, ist das Geld. Mal hier da oben auch einer. Okay, der ist jetzt rausgegangen. Ich glaub wir sind schon ja fast alleine hier auf dem Server unterwegs. Sehr gut. Auf jeden. Ist noch der da unten. Da wartet auf uns, den Nutten. Weg! Was benutze was? Kann sich sehen. F? Nein, das Aussteigen. Welches ist denn das zum Schützen? Äh, X glaube ich. X? Ah. Renn weg! Ontragnin! Und dann fährt er weg. Oh, oh, oh! Und dann fährt er weg. Nichts mehr mit, äh, tschüss Pippo achso du bist rausgeflogen? ja und du hast mich sogar noch über gefahren da wurde man mir nicht angezeigt hier warst du noch drin du fährst einfach weiter so über mich rüber BÄBS weil ich wirklich kein Leben verloren der ist aber elendlich verreckt gerade ich bin schon im 50er in den Rücken geschossen wir fahren auch genau zu dem Botenkopf ne? da kommt er, da kommt... oh das sind 2 uuuuuh ach ne Tote, da kriegst du Geld verrecke du Sau jatata ta 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 sau verwirft Dings ja genau wieviel hält die Karre bitte aus Was ist denn dann? Ist es ein Sheikah? Jetzt habe ich ihn. Junge. Da ist noch einer. Kommt. Geil. Weggeöhmert. Das ist jetzt nicht gut, die wollen uns nicht bestimmen. Die wollen uns jetzt, die wollen uns jetzt. Oh, da steht ein Heli. Oh, sehr gut. Bist du schon von denen? Äh, so fast nicht bis dahin. Gute Frage, ich wollte den Heli mitnehmen. Na, wenn es so auch geht, schon vom Spieler. Kann man ihn einfach so klauen? Nee, nee. Hol mich, hol ich mir kurz die Vorräte. Ja. Ich krieg schon mal ein bisschen zu dir. Oh, warte, ich erledige kurz mal die Liebe. Äh, warte. Schau, das sind wieder so viele, weißt du. Drei Stück. Glück. Oh nein. Okay, zwei Kisten. Du hast ja schon eine, oder? Ich hol mir die linke. Hol dir die, wo du gerade bist. Oh nein. Ich bin ins. Ach so, das passt sich der Spieleranzahl an, glaube ich. Weil vorhin waren es halt drei, weil wir drei Leute waren. Ne? Jetzt sind es zwei Kisten, weil wir zwei Leute sind. Macht Sinn. Okay, das ist cool. Ja, auf jeden Fall. War auch ziemlich kacke, muss man ja mal sagen, ne? Ja. Okay, ich fahr zurück, ne? Kannst auch bei mir einsteigen. Kann ich einsammeln, wenn du das Video möchtest. Ja, ich fahr schon mal vor, wenn du, kannst es hier dann abholen. Ja. Ich glaube, es ist, ja, doch müsste es schneller sein. Ja, egal, ich fahr einfach, passt schon. Okay, jetzt bist du schon dabei. Oh, da vorne sind die Pisser. Oh, ich fahr weg. Oh, auch mit Truck, ey. Ah ne, du hast ihn Truck, ne? Ich hab den Truck, ey. Oh, Mann. Ja, ich bin auf jeden Fall schon mal da. Ja, ich bin auch nicht da. Ich sehe schon das da. Ja, mein Heli wurde hier abgeholt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haben wir jetzt wieder. Ja, nice. So. Und zack, runtergefallen. Fracht abgeliefert. Sehr geil. Jetzt bin ich auch wieder drin. Ja, nice. Ja. Würde ich sagen, dann war es das mit diesem Part wieder. In den nächsten Part holen wir uns noch ein paar Kisten. Und dann schauen wir mal, dass wir die irgendwie verkauft kriegen. Trotz des Bugs. Yes. Gut. Da sind wir wieder. Mit der nächsten Mission. Hallo. Da ist das Dach. Und der Heli ist nicht da. Da musst du vielleicht machen. Hallo. Da ist das Dach. Oder wir hätten wieder über unsere Fazit das machen müssen. Nein, hätten wir ja wieder Geld bezahlt. Ist ja unlogisch. Auch wieder auf dem Dach vielleicht so besser, wie safe ist. Wir sind ja so auch mit einer Frequenz gelandet. Nein. Du musst wahrscheinlich über das Dach mit Fahrzeug oder so. Das mache ich da. Okay. Scheiße. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir. Gibt es ja nicht die Option, das Dach mit Fahrzeug verlassen? Nee. Es geht nur mit Fahrzeug über deine liebe Dame. Empfangsdange. Ja, sie ist ja sie. Na gut, na gut, na gut. Ah, komm nicht rein. Sehr cool. Danke. Mäuschen. Wir brauchen einen Helikopter. Hi, da. Was brauchst du? Welches Fahrzeug soll ich ihnen wollen? Das da. Wo kostet das? 3000. Boah, schweinerei. Gimme, gimme. Hol das Tiermaterial ab. Wat? Das Croco-Leder. Was haben wir denn schon hier? Irgendwer verarscht uns hier. Gehen wir jetzt mal dahin. Finde das Fahrzeug. Finde das Fahrzeug. Das sind ja... Boah. Vielleicht ja nur Maschine wäre das Ding ja, ne? Wenn ich gerade... Ne, ich habe ja die Raketen gerade gehabt. Ah, so wird auch hier. Und hier irgendwo muss der sein. Da unten fährt er. Und ich drehe. Kannst du ihn angucken? Ja, aber du musst runter. Das Tiergarten sonst nicht. Zerstören darf ich ihn glaube ich nicht. Ne? Okay. Ne, wir müssen gucken ob das die Ware da drin ist. Muss in einem der anderen sein. Oh, es hat gerade bei mir sollen. Tschüss. Richtig. Oh. Oh, was war's? Waf. Oh, was war's? Oh, was war's? Oh. Oh, was war's? Und du liebst es. Und du liebst es. Wie du liebst alle diese Tracks. Vielleicht auch zu lieben und zu sagen, du liebst es, ironisch. Aber hey, was es braucht, um dich durch den Tag zu bringen. Und manchmal ist es so gut, und manchmal ist es so gut. And manchmal ist es prehistorisches Bacon. Psssssssssssssssssssssssssss. Brenn dir den Bass auf! Wieviel kostet das heftigste Gebäude? Die Bank? 4 Millionen, glaub ich, ne? Ja, und dann noch die ganzen Zusatzdinger drauf. Junge, 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 Junge. Ja, wenn das mal funktionieren würde, hier in diesem Scheiß verkaufen. Hätten wir ja schon ordentlich, ne? Ja, auf jeden. Und fährt halt die Minute. Wie er stratzt. Ja, auf jeden. Kommt gar nicht an hier. Flieg mal ein bisschen vor. Auf jeden, ich lande da jetzt. Nee, nicht landen. Flieg einfach vor, und dann warte auf ihn. Ja, so. Das ist es nicht. War klar, dass es die letzte sein muss, ne? Mann, ich wollte ihn abschießen. Sitze noch? Nee, zu spät. Okay. Tschüss. 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 Nein. Was denn? Achso, nee, der war nur sauer. Vorsicht. Tja, und jetzt? Das sind wahr. Gefunden, Zeit, sie nach Hause zu bringen. Äh, ja, ich muss irgendwie raus. Warte. Schaffe ich's obendrauf, oder was? Oh. Okay, anders schaffen wir's nicht. Wir finden dann den OTL-Karfe. Ich versuche mal, einen Stau zu machen, da vorne. Ich bin mir ein Auto beschafft. Raus! So. Das ist er denn jetzt schon wieder, eigentlich schnell in Gastel. Ich komme. Ja, ich muss einmal aus und lang fliegen. Das ist richtig schwer, ne? Fahr, du Pimmelkarre. Wie schnell ist er denn unterwegs? Er ist wirklich schnell. Oh, Junge, der Motor ist dann schon wieder ausgefeiert, das nächste Ding. Yei. Alter. Alter. Er ist, er ist schon hinten, bei der zweiten Brücke. Nichtiger Homo. Ich flieg auch vor, macht er irgendwie... Oh. Nein. Haben wir ja auch noch einen Unfall. Da hinten ist er. Ey, ich komme nicht hinterher. Da hinten kommt der Spurs. Hab ich gelesen. Ja, kann sich nur um Stunden handeln hier. Ich will auch aus. Ah, nee, davon ist er. Oh, 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 oh. Alter. Nee, das wäre schon ein bisschen weiter. Wie? Du fährst ja gleich an mir vorbei. Ja, ist das komisch angezeigt. Ich komme jetzt mit meinem, ich komme jetzt mit meinem Auto. Alter! Alter! Du rennst auch genau in mich rein. Wärst du stehen geblieben, wäre ich dann vorbeigefahren. Alter, Alter! Erstmal reinspringen! Wir müssen uns ranhalten. Oh, fünf Minuten noch. Ja, wie? Ja, ich hole mir jetzt mit meinem Bugatti-Buron über den einen, den Penner. So kann der so schnell sein mit diesem Scheiß-Lieferwagen. Jetzt ist es auch verrückt nicht. Oh, Mann, ey. Aber fünf Minuten ist machbar. Ey, Mann. Kommt doch echt nicht ran. Wurde von Organisation gekauft. Er hat sich auch einfach Organisation genannt. Einfach Enter gedrückt. Ja, wo ist er denn bitte? Das wird nichts, Digga. Ach, so wird das. Was, so wird was? Ich will so nicht auf die Karte gucken. Dann mach ich irgendeinen Scheiß. Wir sind schon mal gleich bei dir. Ah, doch, da vorne ist er. Auf jeden. Ah, geht doch. Pisser, ey. Der war doch schon längst tot. Gut, ich bin gerade ausgestiegen und du bretterst da voll rein. Ciao. Das wäre der Helikopter ganz schön, ne? Ja. Ach. Also, weil jetzt ist das Ding natürlich nicht so langsam, ne? Ja, ich steh. Neun Kilometer müssen wir fahren. Oh, ciao. Einmal um die komplette Insel rum. Nice. Nice. Hier, jetzt müssen wir nicht durch die Innenstadt. Komm mir, ich stoße dich ein bisschen an. Bringt das überhaupt was? Ich weiß es nicht. Ja, doch, oder? Weiß nicht. Ich glaube auch. Auf jeden. Die Karre rührt. Zieh! Zieh durch! Ich hab doch eingestutzt. Kommt bestimmt heute Abend. Ja, aber irgendwie... wahrscheinlich doch schon dass sie dadurch schneller wird und das ist das Leben 4km noch muss hier auf die Außerung Windschatten warte bessere Windschatten müssen wir machen das bringt glaube ich nix ich glaube Windschatten ist nicht implementiert schade wie konnte der denn so schnell fahren mit dem Ding voll der Cheater ey Pisser 2km noch wir kommen in die Nähe der Spieler 1km 1km 2km 1km 2km 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 3km 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 2km 3km 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 4km 3km Das ist ein Dreckskarre, ey. Tiermaterial auch. Ich hab nicht was für will ich jetzt. Ach, er hat geliefert. Wollen wir mal drei Stück verkaufen gehen? Oder zwei? Einste? Ach ne, wir wollten voll machen, ne? Oh, guck dir das hier an. Pelze, mein Freund. Pelze. Und Nase. Boah. Die illegale, illegale hier. Ja, weiß ich nicht. Wie viel haben wir denn jetzt? Oh, da sind Spieler. Oh, da sind zwei. Ach, keine Chance. Einen hab ich. Oh, dann hat er dich auch habisch. So ne Pisser. Das sind, waren die das nicht von vorhin auch? Doch, kann sein. Doch, das waren die von vorhin. Ach, piss dich Lester. Wie viel geärgert haben, weißt du. Bin ich denn jetzt hier gespawnt? Ach, am Arsch der Welt. War ja eine Auszeit von vollem Spawn. Hä, wo sind wir? Ja. Ja, genau, wo wir gespawnt sind. Bin ich am Arsch der Welt. Ja, ich wollte ja gucken. Ja, kann ich jetzt nicht gucken. Oh, diese Wichser. Wir müssen die vertreiben. Ich will gucken, wie viel da im Lagerhaus drin ist. Was? Wann müssen wir denn? Koks Konkurrenz. Wo? Mission. Wären die Stangen gezahlt. Hab ich nicht irgendwas heftigeres? Ich glaub, ich nehme das MG mal, oder? Mein pinkes MG. Warum hol mal das pink ist? Kommt man jetzt hier hoch... Weg sind sie. Die Kenner. Dann hol mal deinen Dingslaster da. Ja, sofort. Ich hab mein Kanzler hoch. Maul, wo kommt man denn hier hoch, ey? Was soll denn die Scheiße? Jetzt will er mich als Mitarbeiter einstellen, oder was? Ist klar. Niemals. Ich auch. Aber ich will den Truck in der Zeit, ne? Mal hier lang fahren muss, ey. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Das ist auch so ein, so unnötiger Verein einfach nur. Wie immer aufgeben. Nur damit Künstler mehr Geld bekommen. Das ist doch voll abfuck. Ich meine, wenn man die Lieder benutzt in Videos bei YouTubes, ist das doch eher Werbung, oder nicht? Für die... Nein, nein. Das ist doch ein Schwachsinn, ey. Alles Geld, geile Säcke. Geld überall. So. Was haben wir denn hier jetzt so? Wir haben 10 Kisten. Vorräglich. Vorräglich. Wir können 2, 5 oder 10 verkaufen. 2. Ja, wollen wir machen? Ja, okay. Lass mal probieren. Juck das in den Fingern. Alles klar. Hä? Oh. Alles klar. Aber das sehen wir erst im nächsten Part. Tschüss. Ciao. Oh. Tschüss.